Paul, Paula, Irene. Ah, da seid ihr ja. Hilfe, ich hab mich versäumt. Okay, Paul, komm, ich helfe dir. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's, die Irene. Mensch, was ist denn hier passiert? Paul hat sich verfangen und ich versuche ihm zu helfen. Die Irene, hilf mir. Vorsichtig. So und so und jetzt bist du frei. Danke sehr. Gern geschehen. Sag mal, was wolltest du denn mit dieser Angel anfangen? Ich wollte angeln gehen und ganz viele Fische fangen. Ja, kann ich auch mitkommen? Mit einer Kleid auch, wenn du möchtest. Paula, ich glaube, dein Kleid ist viel zu schön. Du könntest es dreckig machen. Wir sollten nicht umziehen. Und ich mach dir noch schnell einen Pferdeschwanz. Na, Paul, was sagst du? Du siehst hübsch aus, aber du brauchst noch einen Hut. Stimmt, Paul hat recht. So. So, ich bin fertig. Ähm, wo ist meine Angel? Hier, Paula, das ist deine Angel. Oh, wie hübsch. Sogar mit einem Würmchen. Ich komm auch mit euch mit. Wir nehmen unsere Angeln. Und einen Eimer. Na, auf los geht's los. Kommt mit. Wird Spaß machen. Schaut mal. Wir fahren mit diesem neuen tollen Auto. Oh, ein neues Auto. Ganz genau. Und nicht vergessen, anzuschnallen. Außerdem haben wir hier noch einen tollen Kofferraum. Paul, könntest du ihn bitte öffnen? Ja, klar. Ich muss nur den Knopf finden. Oh, toll. Paul, du kannst den Kofferraum wieder schließen. Äh, welcher Knopf war das nochmal? Der hier? Oder der hier? Oder der hier? Ah, der rote Knopf hier. Hey, nein, nein, das war der falsche Knopf. Leute! Hey, 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 wartet auch nicht. Wartet! Irene, hol uns ein! Da wären wir. Oh, ich hab euch gerade noch so einen geholt. Leute! Na, lasst uns angeln. Äh, du kannst das Auto voll toll fahren. Äh, ich bin noch besser im Angeln. Schau! Und, wuhu! Was denkst du, wird Paul einen Fisch fangen? Oh, Paula! Hier hast du auch deine Angel. Danke. Ja, das hat Paul gemacht. Ja, okay. Schaut mal so, ich hab meinen ersten Fisch gefangen. Oh, bravo, das hast du toll gemacht. Habt ihr das gesehen? Warte, hier hast du den Eimer auf. Ah, ich bin schließlich ein Profi. Hopp. Ah, ich hab was gefangen. Ja, ich auch. Ah! Ah, ich hab dich gefangen. Und ich hab dich gefangen. Eeeh. Mensch, Maya, sowas kann auch mal passieren. Ah, hier. Du stehst mir im Weg. Ich geh woanders fischen. Äh. Nein, geh doch. Ich schaff das auch ohne dich. Und hopp. Äh, Irene, das ist was Schweres. Komm, hilf mir. Ja, komm, zusammen schaffen wir es. Äh. Äh. Und. Oh, wow. Wir haben ein Schiff gefangen. Wow. Das Schiff scheint ja alt zu sein. Schau mal, da sind alle drin. Was, wenn das ein altes Piratenschiff ist? Mit einem Schatz da drin. Lass mal nachschauen. Raus mit den Algen. Aber hier drin ist leider nichts. Hm. Oh. Vielleicht ist ja hier was drin. Oh. Oh. Schau mal. Da ist hier ein Schatz drin. Was für ein tolles Armband. Und? Oh. Noch eine Kette. Schau mal, Irene. Steht mir die Kette? Ja, total. Siehst du schick aus. Hi. Ich bin wieder zurück. Ich hab dort auch nichts gefangen. Wow. Was habt ihr denn hier gefangen? Ja, Paul. Irene und ich, wir haben ein Schiff mit einer Schätztruhe gefunden. Wow. Also Paula, du bist hier absolut der beste Fischer. Da bin ich mit dir einverstanden, Paul. Und du, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben. Spoil unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017